Du solltest da unbedingt was wissen. Ist das wahr? Das mit Brooke? Sei nicht böse auf Brooke, sie hat mir nur einen Gefallen getan. Ich verstehe einfach nicht, warum sie es mir nicht gesagt hat. Luke, es ist nicht Brooke. Ich bin es. Ich bin schwanger. Nathan hat verdammt hart gearbeitet und, naja, all seine Träume sind jetzt so nah und das, das ändert einfach alles. Hey, Nathan ist nicht Dan. Er wird es verstehen. Ich hab solche Angst, Luke. Hey. Alles wird gut. Woher willst du das wissen? Weil dieses Kind deinen großartigen Onkel haben wird. Ich hab vom Besten gelernt. Wirst du dich deinen Ängsten tapfer stellen?